Was schlägst du denn vor? Nee, komm, ich hab ja gesagt, gib du mir einen Kampf frei. Das ist ja dein Auto, deine Kalkulation. 302 und das Fahrzeug gehört dir. 302. 302. Wie schön das klingt, ne? Weißt du was, wir sind nicht weit weg voneinander. Und ich sag dir jetzt einfach was und sag ja oder nein. Nein. Hast du nein gesagt? Ey, das geht nicht. Nein, 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 nein. Wir wollen ja fair play. Fair play. Also 295 nehme ich das Ding. Wir sind nicht mal weit weg voneinander. Das stimmt. Überlegst du gut. Eine 2 steht davor, das wolltest du ja haben. Mach mal 298 und wie kann man den Geld fertig machen. Ich bin der erste Kunde, oder? Ich hab dich direkt angerufen. Genau, mein Vater hat immer gesagt, der erste Kunde ist der beste Kunde. Ganz genau. Okay, also 296,5. 296,5, komm. Alles klar, super. Hast du da ein geiles Geschäft gemacht, ne?